Bevor das Video startet, hier eine kleine Info zu F1 2020. Ich weiß, dass das Game noch etliche Bugs hat und von daher möchte ich euch um folgendes bitten. Wenn ihr auf dem PC unterwegs seid und ihr den ein oder mehrere Bugs gefunden habt, schreibt diesen bitte in Stichworten unter dieses Video. Der Grund ist der, dass ich es nicht mal mehr mit ansehen kann, wenn Bugs uns den Spielspaß versauen. Ich meine, man kann sich über das Game aufregen und nichts tun, oder man setzt etwas in die Tat um, in dem man alles auf Englisch übersetzt und Codemasters damit volltextet, damit sie etwas dagegen tun. Danke schon mal an alle, die da helfen wollen. In der heutigen XXL News Folge geht es um Nico Hülkenberg feiert kurzfristiges Formel-1-Comeback, Eifel Grand Prix als Livestream auf YouTube, neuer Asphalt für Portimao, Anhörung des Renault-Protestes gegen Racing Point in dieser Woche, hört Reykönig Ende 2020 auf, Pirelli königt ausführliche Reifenuntersuchungen an. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu den News. Nico Hülkenberg feierte sein Formel-1-Comeback. Der Deutsche wurde am Donnerstag von Ottmar Schaffnauer kontaktiert und durfte bereits am Freitag beim ersten freien Training für Racing Point fahren. Vorher musste alles Mögliche wie Corona-Test, Sitzanpassung und Superlizenz geklärt werden, was laut Racing Point stressig war. Noch vor dem Training hat er mehrere Sessions im Simulator absolviert. Ob Hülkenberg am kommenden Rennwochenende wieder im Racing Point sitzen darf, ist zum Standpunkt dieses Videos noch nicht klar. Am Rennen selber konnte er am Sonntag nicht teilnehmen, Schuld war nämlich ein Kupplungsbolzen, wodurch sich der Bolide nicht mehr starten ließ. Das hat Racing Point am Sonntagabend bestätigt. Durch die Rückkehr des Emmerichers in die Formel-1 hat er durch seine Fahrerkollegen viel Lob bekommen. Beim Eifel Grand Prix auf dem Nürburgring vom 9. bis zum 11. Oktober kommt es zu einer Weltpremiere, denn nicht nur RTL und Sky werden diesen Grand Prix übertragen, sondern auch YouTube überträgt diesen Grand Prix. Bereits im vergangenen Jahr kam es zu einem Versuch auf Twitch, wo der Mexiko Grand Prix übertragen wurde. Der Grand Prix wird in sieben europäischen Ländern übertragen. Aber nicht nur das Rennen wird übertragen, sondern auch die Vorberichterstattungen, eine Analyse und die Highlights. Wer es kommentieren wird, beziehungsweise in welcher Sprache, ist dann jetzt noch unbekannt. Die Plattform soll helfen, Fangruppen zu schließen, denn 70% aller YouTube-Nutzer sind unter 35 Jahre alt. Der Asphalt des Algarve International Circuits wird Ende August komplett neu verlegt. Das letzte Mal, als die Formel-1 in Portugal zu Gast war, war 2009 bei den Testfahrten und Mercedes war 2017 für einen Test im W06 für Russell und Latifi dort. Mitte September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, denn Rennleiter Michael Macy plant eine Reise dorthin. Pirelli steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn der Kurs strapaziere die Reifen sehr stark. Gerade wegen dem neuen Asphalt. Der Bitumengehalt auf der Oberfläche ist viel höher als der bei einem älteren Asphalt. Pirelli wird die drei härtesten Reifenmischungen C1, C2 und C3 in Portugal einsetzen. Laut Mario Isola wird ein viel höheres Grip-Niveau erreicht und gleichzeitig auch weniger Verschleiß, weshalb es deutlich mehr Hitze in der Lauffläche des Reifens geben wird. Mehr Erfahrung hat Pirelli dank Testfahrten mit Ferrari und Alfa Tauri in Mugello und Imola sammeln können. In Imola und auf dem vorhin genannten Nürburgring werden wohl die Mischungen C2, C3 und C4 gefahren. Die Proteste von Renault gegen Racing Point werden diese Woche verhandelt. Wegen Corona soll ein Teil davon virtuell erfolgen. Racing Point ist der Ansicht, dass nichts passieren wird, denn bei ihnen sei alles innerhalb der Regel. Es kam nach dem Silverstone Grand Prix bekanntermaßen zu einem weiteren Protest seitens Renault, was sie nach Österreich und Ungarn bereits gemacht haben. Die Franzosen sind davon überzeugt, dass Racing Point nicht nur anhand von Fotos bei Mercedes abgeschaut und von den Weltmeistern kopiert hat. Diese drei Proteste wird ein Gremium von Kommissaren verhandeln. Beide Parteien des Protestes haben in den vergangenen Wochen Beweismaterialien gesammelt und sie der vier übergeben. Die Anwälte der jeweiligen Teams haben sich mit dem Fall sehr genau beschäftigt. Was für Racing Point spricht, ist der für legal eingestufte Bolide, was noch vor dem Saisonbeginn gemacht wurde. Allerdings wurden die Bremsschächte beim Besuch nicht im Detail angesehen, was ein Fehler war und Nikolas Tombazis war laut Andy Green gar nicht vor Ort. Racing Point habe erklärt, warum es eine Ähnlichkeit zum Weltmeisterteam gab, da sie die Mercedes-Bremsschächte von 2019 zugekauft haben. Wird Kimi Reykjönen Ende 2020 den Helm an den Nagel hängen? Dieses Szenario ist nicht unwahrscheinlich, denn er hat gesagt, dass er aufhören möchte, wenn ihm 2020 das Fahren keinen Spaß mehr macht. Es gab am Wochenende Gerüchte, dass der Finne Alfa Romeo gebeten habe, seinen 2020 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Aktuell hat Alfa Romeo gerade mal zwei Punkte auf dem Konto, wobei sein Teamkollege all diese eingefahren hat. In den letzten paar Runden des Großbritannien Grand Prix kam es gleich bei drei Fahrern zu Reifenschäden. Pirelli meint, dass es der hohe Verschleiß sein könnte oder auch kleinere Trümmerteile. Red Bull-Teamchef Christian Horner erklärte, dass bei Verstappens Reifen ungefähr 50 kleine Schnitte zu erkennen waren. Kommen wir zu Mikes Meinung. Als ich das mit Hückenberg gelesen habe, dachte ich nur, wait what? Ist das wirklich wahr? Aber ich habe mich echt für ihn gefreut, als er wieder im Boliden saß, auch wenn er beim Rennen nicht teilnehmen konnte. Freut mich für YouTube, dass sie die Möglichkeit haben, den Grand Prix live zu streamen. Das ist auch für diejenigen gut, die kein RTL mehr gucken wollen und kein Geld für Pay-TV ausgeben möchten. Das mit dem dritten Protest war ja abzusehen, aber am Mittwoch kommt es dann zur Anhörung. Ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn Kimi aufhört, kann ich es nachvollziehen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er noch ein oder mehrere Jahre hinten dranhängt, zumal er bereits gesagt hat, bei keinem Spaß nicht weiterfahren zu wollen. Ich bin davon überzeugt, dass Teile des Frontflügels die Reifenschäden verursacht haben, denn wie erklärt man sich sonst die 50 Schnitte in Verstappens Reifen? Im Laufe der Woche wissen wir mehr. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Dennis Gittel. Er schreibt zum Thema Alfa Romeo, Wie könntest du dir die Fahrerpaarung bei Alfa Romeo 2021 vorstellen? Ich glaube, dass Kimi Räikkönen aufhört und Giovinazzi rausgeschmissen wird und dann die beiden Formel-2-Fahrer, Schumacher und Sportsman, ein Cockpit kriegen und vielleicht auch Callum Islet, der eigentlich auch ein Ferrari-Junior ist, aber nicht für Bremer fährt. PS, machst tolle Videos, aber ich fand es persönlich mit der Video-Anzahl pro Woche besser, aber das jetzige Konzept geht noch fit. Räikkönen wird safe aufhören, da habe ich keine Zweifel dran. Allerdings bin ich der Meinung, dass Giovinazzi bleibt, denn A, ist er derjenige, der für Alfa Romeo die Punkte einfährt, B, er ist noch jung und hat noch viel vor sich und C, wenn Alfa Romeo auf Räikkönen und Giovinazzi verzichtet, wäre das ein Fehler, denn man kann keine zwei Formel-1-Neulinge auf einen Schlag in ein Traditionsteam stecken. Jahr für Jahr wäre möglich, aber Giovinazzi sollte definitiv bleiben, da er dann Nummer-1-Fahrer im Team ist und Erfahrung hat, die er dann an die Neulinge weitergeben kann. Meine Vermutung lautet Giovinazzi und Sportsman, denn ich habe das Gefühl, dass der Russe noch einen Ticken besser als Schumacher ist, aber seine Zeit wird auch noch kommen. Zum Thema News-Video habe ich am Dienstag ein Video auf meinem Zweitkanal hochgeladen, das ihr euch mal ansehen solltet, denn da erkläre ich alles. Das soll es mit den News gewesen sein, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video, ciao!